Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu L17 auf dem Burschner See, zusammen mit den Werner. Guten Tag und dem Sachsen-Lex-Player. Hallo. So, die letzte Kräbe hier. Mit reinnehmen. Na gut, was ist letzte? 3, 4, 5, 6, 7, ja, haben wir noch ein paar Stückchen. So, aber, Randy. Ich wollte mich gerade schon bedanken, dass du nicht angefangen hast zu singen. Nee, ich bin nicht der Singer, aber trotzdem, alles gut zum Geburtstag. Danke, danke. Ja, bitteschön. Normalerweise würde ich jetzt sagen, dir auch, aber du bist schon durch, meines Erachtens, oder? Ja, ich war im April schon, das Glückskind. Ähm, ja, alle mal ganz, ganz, ganz kräftig Happy Birthday in die Kommentare reinschreiben. Das muss einfach sein. Ja, ja. 24, bevor er noch fragt. Und ja, ich weiß, dass ich aussehe. 24. Ja, ich weiß, dass ich aussehe wie Ende 30. Das war das jahrelange Rauchen in der Jugend. Ja. Deswegen macht er es nicht. Die Jugendjahre, die setzen dem Körper schwer zu, du. Ja, ja, ja. Egal, ob es jetzt Tabak oder Alkohol oder, ja. Ich sage mal, wo der Vorteil ist, ich wäre bei meinen Kauf nicht angequatscht, außer zu Silvester. Ja, Silvester, da glaubt wahrscheinlich die Verkäuferin, du willst irgendwas in die Luft sprengen, oder? Ja, ja, irgendwie schon, aber da wäre ich auch noch jedes Jahr danach gefragt, sicherheitshalber. Aber so jetzt im Allgemeinen. Aber da habe ich ganz kurz eine Frage zu. Wenn du jetzt solche Feuerwerksdinger, ne, im Handel kaufst, dann wirst du da überprüft wegen Ausweisung und bla 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 und darfst du es haben. So, was machst du jetzt, wenn du was bestellst? Ähm, dann läuft das über eine Alterssichtlieferung. Also sprich, du kriegst das Paket, musst deinen Personalausweis, den zeigen. Äh, und, ähm, beziehungsweise auf den Namen, den du bestellst, ne, der muss halt auch da sein, muss einen Personalausweis vorzeigen. Das nur, äh, das notiert aus sich und dann kriegst du das Paket. Hast du das nicht, kriegst du das Paket nicht. Ehrlich? Also, du musst, ja, ja, das gibt's bei DAL auch, wenn ich hier für mein Dampfzeug jetzt auch, ähm, Liquid, ist ja klar, aber auch wenn ich, ich hab mir jetzt hier vor kurzem neue Verdampferköpfe wieder bestellt. Ja. Das ist alles ab 18, ne, und das ist DAL Alterssichtsprüfung. Na, und dann sagt die eigentlich, ja, äh, ne, eigentlich, äh, sagt die dann, wir haben's einen Ausweis, dann guckt die sich das an und fertig ist. Gut, bei mir ist es halt so, sie sind, also, weil es ja immer fast die gleiche ist, ne, du wirst über 18, sag, ah, weit drüber, alles klar, nicht das, nicht das, nicht das, nicht das, nicht, das. Aber wenn da jetzt ein kleines Kind dastehen würde, die, die, der für ein Papa das Paket annimmt soll, Ja. Dürften die nicht aushändigen. Das finde ich aber auch richtig. Ist ja, wenn du bei Amazon Spiele mit USK 18 bestellst, ist es gleich in grün. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Da ist so ein Chip da drinne mittlerweile. Ja, genau. Ah, ja. Die keiner will, ne, das ist, äh, das ist, äh, das ist was oder andere Geschichte, ne. Aber im Endeffekt, es gibt, äh, da gibt es hier vom KKK, also vom Chaos Computer Club, ne, vom KCC, so rum, Entschuldigung. KKK war wohl oder was anderes. Ähm, gibt es da, gibt es da eine Anleitung, wie du den Chip in den Personalausweisheit zerstörst? Ich glaube, auf der Erdplatte legen oder in der Mikrowelle für ein paar Sekunden, weil es nicht so viel Watt ist. Ah ja, der Klassiker. Dann ist das Ding im Eimer. Dann ist das Ding im Eimer. Deswegen, so. Aber das, das halt immer irgendjemandem was Neues einfällt, weißt du? Das ist schon, äh, ne. Das ist, ja, das ist halt einfach, ja, die wollen halt einfach alles überwachen, was du kaufst, wie du es kaufst und so weiter und so fort. Mehr steckt ja ja nicht dahinter. Ne, klar, was ist ja das? Das ist eigentlich nur Geldflussüberwachung, nicht mehr, nicht mehr, nicht weniger. Ich meine, gut, ich darf mich da eigentlich gar nicht drüber beschweren, weil ich ja auch so ein Mensch bin, der sehr viel mit EC bezahlt, weil ich einfach kein Bargeld bei mir trage, was ja an sich auch jetzt nicht das Gute ist, weil dadurch ist ja auch alles nachvollziehbar und so weiter und so fort. Aber, ich hab's halt dann lieber so, weil, keine Ahnung, Bargeld, du verlierst das Bordnernähe. Ich habe Bordnernähe auch immer nur das Wichtigste drin, weißt du? Und das ist, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich was bezahlen muss, nehme ich die EC-Karte mit, den Rest nicht. Wenn ich nur ein Perso brauche, nehme ich nur ein Perso mit, weil wenn mir das Ding halt mal abhanden kommt, das ist, ich weiß nicht, ob es da schon mal passiert ist, das ist ja, ja, das ist ja, ne, Müllhochdreihe, weißt du? Und deswegen schleppe ich halt wirklich immer nur das mit, was ich halt wirklich brauche. Gut, dass du theoretisch ein Personalausweis immer bei dir zu führen hast, sei jetzt mal ne andere Geschichte. Aber, dann wirst du schon mal kontrolliert. Und wenn du kontrolliert wirst, hast du ein Best gehabt, da zahlt es halt die 15 Euro Strafe und fertig aus. So, ähm, können wir ja vorspulen, dass es wieder heller wird? Ähm, Moment, äh, lass mich kurz den Motor ausmachen, dann können wir das gerne, gerne machen. Motor ist aus, los geht's. Alles klar. Geh nix. So, wir müssen das erst mal, jawohl, warte, wir machen das ein bisschen gemischt. Oh. So, wir machen das noch ein bisschen gemischt, das ist noch die BGA ein bisschen durch. Achso, halt, wir müssen eh auch von 8. Hä, hört du dein Licht, sehr schön. So, aber ich lasse es kurz noch eine Stunde durchradern. Ja, mach das mal. Das ist die BGA noch ein bisschen, was sie tun hat. Wow, das war so nicht geplant. So, und dann. Was hab ich denn jetzt gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist 9 Uhr. So, bitte. Alles wieder freigegeben. Tausend Zeit. Mir ist, ähm, vor uns, also für die Zuschauer am Aufnahmetag, ich hatte ja vor unserem Plan mal gezockt, wirst du? Ah, ich wollte, ich hatte aber keine Zeit. Shit. Ja. Du hattest ja einen kleinen Zwischenfall. Ich hatte keinen Zwischenfall, das ist richtig. Hm. Ah. Können wir mal gut drüber sprechen. Aber das ist klar. Aha, und es war aber heute echt nicht viel los, aber halt die Cops hatten, also es kamen neue Cops dazu mit Ausbildung. Okay. Und, ähm, ich war halt als Tiff drin, weil halt echt nichts Weltbewegendes los war, dass man jetzt sagen kann, wenn man switcht. Und hab mir so gedacht, ach, weißt du was, ne? Kurfst dir einfach diesen, also erst mal hatte ich mir dann einen LKW gekurft, den großen, hab eine Fuhre Kupfer gemacht. Hatte ich das, wo hast du das ganze Geld her? Ich krieg als Cop in den Rang, den ich hab, 4400 oder 15 Minuten. Ist das Konto das gleiche? Ja, ja. Oh, nee. Das ist so, die UID ist die gleiche. Ähm, und hab dann halt den großen LKW halt gekauft, hab eine Fuhre Kupfer gemacht, hab dann, glaube ich, eine Stunde dafür gebraucht, hab 36.000 rausgekriegt, hab den LKW dann wieder verkauft, weil ich mir dachte, nö, auf sowas hab ich dann auch keinen Bock. Und, äh, hab dann halt gesehen, dass das Pad halt mit den ganzen Rekruten dann halt zur Ausbildungsstätte gefahren ist, weißt du? Also, Skis-Training, Fahrt-Training. Hab ich mir gedacht, da weißt du was, kriegst du dir diesen News-Waren, kriegst du dir eine Kamera und ein Mikrofon und ballerst halt einfach mal, naja, so ist das alte Fluchgeländeplatz dort, was bei der Rennstrecke dort ist, weißt du? Ja, kenn ich, kenn ich. Und dort drinnen kannst du ja noch rein und in den drinnen ist ja noch ein Hedge-Quarter, ne, also das Ausbildungszentrum für den. So, und das darf ja nicht gefilmt werden, also es darf ja nicht aufgenommen werden für YouTube, es darf ja nicht gestreamt werden, so. Ich war aber auch nicht online, ne, ich hatte einfach nur so die scheiß Kamera dabei. Ja, ich blieb halt draußen so stehen, ne, wurde aber auch irgendwie nicht bemerkt oder so, hab mir gedacht, naja, gut, guckst du halt, wie alles abgezäunt ist, willst du ja auch mal vielleicht einen Blick erhaschen, ne, wenn du schon von den Nachrichten bist. So, hintenrum war eine Mauer, da ging es nicht weiter, aber linksrum an der Küste war halt nichts abgezäunt, oder, beziehungsweise es war die Umzäunung von dem Flurfeld und da war ja noch eine extra Umzäunung für das Hedge-Quarter, ne. Ja. Da hab ich mir gedacht, ne, wird schon passen, ne. Ich mach dann halt hinten an, äh, mach dann halt so lang, ne, und ich seh dann, wie der Zaun dort endet. Ich denk mir, ne, gut, vielleicht ist die Umzäunung von diesem Hedge-Quarter halt weiter inne. Na, baller halt so durch, und auf ehemal komme ich auf, äh, auf dieser, äh, Teststrecke raus, wo die mit ihren Autos, äh, äh, ihren Parcours absolvierten. Oh. So stand ich da, mit dem Newswagen. Es hat nicht lange gedauert, da kam Blaulicht. Ja. Ja. Ja, und Patsch stande vor mir und frug denn so, was ich zur Hölle hier mache. Ja. Ich sage, Staatsnachrichten. Ich soll hier drehen. Ja, aber nicht auf, äh, auf abgesperrten Gelände. Ich sage, der Zaun fehlt hier. Da ist einfach kein Zaun. Ja, aber der Zaun ist noch da vorne. Ich sage, ja. Ich bin aber links am Meer vorbeigefahren und da war die Umzäunung vom Flugfeld und die Umzäunung vom Hedge-Quarter fehlt, aber auf der kompletten Seite. Ja. Hm. Na, jetzt raus jetzt sie hier, sonst verhafte ich sie und dann gibt es ganz großen Ärger. Ich sage, alles klar. Ich schicke ihnen dann nach unserer Aufnahme nochmal eine Zeichnung, wo der komplette Zaun fehlt. Ja. Dass die Mapper eventuell, weil selbst, also ab und über Absicht, da kannst du auch einfach beabsichtig halt reinmachen, weil du denkst dir halt, was ist dort, ballerst da rein und bist auf jemanden in diesem Ausbildungsgelände drin. Krass. Na, also da wurde halt vergessen, einzuzäunen. Na, ist zwar jetzt nicht meine Schuld. Aber das hat eh noch Konsequenzen, weil Staatsnachrichten schickt man nicht weg. Ja, ist richtig. Weil die kommen vom Staat. Naja, ansonsten, dann bin ich halt wieder zurück. Ach genau, dann hab noch so mit dem Mette gequatscht, weil das hat auch nichts zu tun. Dann noch Kops, die hatten halt auch nichts zu tun. Ja, dann war auch schon Feierabend. So. Ja, aber ich find's cool. Also wirklich, ich find's echt cool. Momentan muss ich sagen, richtig geil. Das war jetzt die letzten vier Tage, aber aus irgendeinem Grund wird das in den Spielopf, glaube ich, keine Ahnung, warum. Also heute über, also zum Aufnahmezeitpunkt, also es waren ja die Ausbildungen halt da, ne, lass das elf Kops, zwölf Kops als Ausbild, als, als, ähm, ein Rekruten gewesen sein. Ja. Der Rest war vielleicht acht Mann, neun Mann, das war halt ein bisschen arg wenig. Okay. Ich hab schon den ganzen Tag über so 14 Uhr, da waren drei Mann drauf, ne, also. Ja. Das war irgendwie, weiß ich nicht, aber wir hatten zum Beispiel letzte Woche Dienstag, ne, da, da, da waren fast sechs Mann drauf. Ich weiß, ja. Ja, also irgendwie, ich verstehe es noch nicht, gucken, wie es am Wochenende halt läuft, also die Aufteilung ist noch ein bisschen komisch, aber ansonsten, ich denke mal, wird schon Geduld haben, wenn wir überleicht, das ist auch jetzt eine Woche online. Und die Hype-Zeit ist ja auch vorbei, davon abgesehen. Weil damals, wo das ja losging, konntest du ja wirklich ein altes Server aufmachen und egal welcher Server das war, die Buden waren voll. Ja, das ist richtig. Also schon Wahnsinn, wie sich das auch alles von der Techniker entwickelt. Wenn du überlegst, wie du damals auf altes RP machen musstest, wie du das jetzt machen kannst, hast du ja viel mehr Möglichkeiten. Obwohl, das hat sich auf alle Fälle in die richtige Richtung. Das mit dem A-System ist so blöd, ne, weil, wenn du jetzt halt versuchst, halt Autos zu stoppen, AKC RAM brauchst du nicht mehr zu machen. du musst es halt überholen und halt ausbremsen, dass sie da hinten draufballern. Aber so von der Seite bist du halt durch das A-System komplett sofort tot, weil schnelle Geschwindigkeit plus Kontakt ist gleich finito. Das gab es halt damals nicht. Damals hat es halt einen Schaden gegeben und es hat geknackelt. Gut, damals sind aber auch noch die Autos explodiert. Was jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr möglich ist, Gott sei Dank. Das ist schon, aber du kannst halt einfach echt viel mehr machen. Alleine schon mit den Ausweisen zeigen. Damals hattest du ja noch die Namen der anderen Spieler und über die Köppe. Ja, das war ja Wahnsinn. Du wusstest immer, wer wer ist. Und dann immer die Diskussion, woher kennen sie meinen Namen? Ingame quatschen, also hier noch mit diesen hier Dauersenden und Push the Talk in den verschiedenen Kanälen noch. Das ist schon durch Taskforce und alles, ist das schon angenehmer geworden ohne Frage. Du hast halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Ja. Wenn ich überlege, was wir für CopCarn haben und was die Medics und alles so haben. Ja, Wahnsinn. Da war ja damals gar nichts möglich. Du hattest ein paar CopCarn, die jetzt allesamt nicht so pralle waren. Die Medics sind damals mit einem Transporter rumgefahren, wie sie mit diesen Standardtransporter, wo hinten die Klappe fehlt. Ja. Falls nichts gab, die konnten aber damals bis auf so Spielen ja auch nichts machen. Weil du konntest ja damals noch wirklich keinen retten. Nee. Ebenfalls nicht, dass ich jetzt wüsste. Glaube ich auch nicht. Naja. Ja doch, Erste-Hilfe-Kids hatten die dabei. Ja. Naja, weißt du, diese fremden Erste-Hilfe-Dinger dann. Da hast du eine Spritze gekriegt und dann warst du wieder heile. Das war's. Du konntest ja damals auch nicht verrecken. Du warst halt schwer verletzt oder so, das hast du dann halt gemerkt im Bild und so und am Häscheln, aber du konntest nicht sterben. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde auf dem neuen Server, dass man, wenn man tot ist, sofort und instant und tot. Weißt du? Und tot auf tot und nicht dich wieder zurückholbar, weißt du? Das ist richtig. Warten Sie mal kurz für eine Minute in der Alleinunterhaltung. Mache ich. Ist gar kein Problem. Ich wollte sowieso mal mit allen Leuten hier alleine reden. Wollte ich eigentlich nicht. Auf alle Fälle habe ich jetzt den LKW vollgeballert mit Holz und den bringen wir jetzt zum Sägewerk, zum Zweier-Sägewerk oder zum Einser. Weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle füllen wir mal das ganze Zeug hier auf und da müssen wir gucken, wie weit das Flüssiggas ist, weil hier fehlt im Sägewerk 2 fehlt noch das Flüssiggas. Jetzt sind wir da schon weiter, damit wir parallel produzieren können. Das wäre eigentlich richtig effizient, heißt das Ganze, effizient. Feld 9 müsste auch wieder mal gemäht werden, das kann ich gleich anschließen. Und vielleicht nochmal gesammelt. Achso, muss ich einen Randy fragen, ob wir einen Ladewagen noch haben. Tag hier rein. 8 bis 20 Uhr, ja? Schuldigung. Kein Ding für den King. Was? Beim Erzählen habe ich mir gedacht, rückst du die Trinkenflasche immer weiter zusammen und weiter und weiter und weiter und weiter bis es halt drüber rausschwöppert. Und alles aufs T-Shirt, also nicht alles, sondern vieles aufs T-Shirt und auf die Hose. Läuft. Und es war kein Wasser. Ist das die gute Hose? Eigentlich war das die gute Hose, ja. Die kommt nur morgen in der Waschmaschine, dass er am Sonntag wieder ready ist. Sehr gut. So eine Scheiße, naja. Ich weiß gar nicht, wer hat einen anmoderiert von uns zwei Hübschen? Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen, nicht vergessen und beim Werner natürlich auch vorbeischauen. Bis dann, oder, ne? Tschüss, tschüss, tschüss.